Wirfst du leere Hundefutterdosen auch immer weg? Hier erfährst du, wie du diese wiederverwenden kannst. Hierfür benötigst du eine beliebig große Hundefutterdose, eine Kordel, eine Heißklebepistole und eine Schere. Und los geht's! Zuerst musst du die Dose vorbereiten. Als Verzierung kannst du wie hier Kord verwenden, welchen du einfach mit Kleber einmal an der Dose anbringst. Und so schnell bist du auch schon wieder fertig. Du kannst die Dose jetzt auf verschiedene Weise nutzen, zum Beispiel als praktischen Stiftehalter oder als Topf für Blumen und Kräuter.